Herzlich willkommen bei Wohnwelten Wiesmoor. Unser Team bietet Ihnen die ganze Welt der Bauelemente. Angefangen von Wintergärten und Überdachungen, über Rehaufenster und Türen aus eigener Fertigung, bis hin zu Garagentoren mit patentierter Lüftungsfunktion, auch bei geschlossenem Tor. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Die Montage erfolgt durch eigene und geschulte Fachkräfte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr Sönke Buhrmann.